Untertitelung des ZDF, 2020 Ein kleines Druckmittel, damit Truett mir verrät, wer ihn angeheuert hat. Tja, wenn ich es nur schon hätte. Die Mechanisten haben die Aufzeichnung heute Morgen in einem Schließfach eingeschlossen. Zufällig habe ich eine Kopie des Schlüssels, mit dem ich das gute Stück öffnen kann. Es war nicht schwer zu erraten, dass die Mechanisten alle Geschäfte über die First City Bank abwickeln. Die Hütte ist übrigens eines der wohlhabendsten Etablissements der Stadt, das die finanziellen Bedürfnisse der oberen 10.000 befriedigt. Die Schatzkammer der Bank ist in einem riesigen Turm. Ich möchte wetten, dass sich dort auch die Schließfächer befinden. In der Bank werde ich in der großen Halle das Bankgeheimnis ein wenig lüften, um herauszufinden, welches Schließfach den Mechanisten gehört. Dann muss ich nur noch einen Weg in die Schatzkammer finden, mir die Aufzeichnungen schnappen und verduften. Mit Sicherheit ist die Bank durch unzählige Wachen und die seltsamen Sicherheitseinrichtungen der Mechanisten wie eine Festung geschützt. Ziemlich riskante Sache, aber ehrlich gesagt suche ich schon ewig nach einer guten Entschuldigung, warum ich in die First City Bank einbreche. Allerdings dachte ich bisher, dass ich das Risiko nur wegen des Geldes auf mich nehmen würde. Wir befinden uns jetzt in der städtischen Spar- und Kreditanstalt und da dürfen wir Folgendes erledigen. Brechen Sie in die Bank ein. Ach nee, also ich dachte jetzt, wir laufen einmal drum rum und dann war's das. Das Gebäude ist ziemlich groß. Nicht an jedem möglichen Eingang kann ein Wachposten stehen. Sie brauchen die Nummer des Schließfaches, in dem die Aufnahme liegt. Suchen Sie die Informationen in der großen Registerhalle. Dringen Sie in die Schatzkammer ein und stehlen Sie die Aufnahme. Rechnen Sie mit Schwierigkeiten beim Öffnen der Schatzkammer. Sobald Sie die Aufnahme haben, sollten Sie das Weite suchen. Es ist nicht nötig, jemanden zu töten. Ach, sag bloß. Es spricht allerdings nichts dagegen, dass Sie die Sicherheitsmaschinen der Mechanisten zerstören. Ja gut, ne? Dann wollen wir das doch mal angehen. Und wir dürfen, glaube ich, wieder shoppen gehen. In Zitat. Ähm, es war auch übrigens sehr schön, dass Garrett in der Cutscene sagte, zufällig habe ich eine Kopie des Schlüssels. So ganz zufällig hat er die. Ach, der Gute, der hätte Komiker werden können. Na, was haben wir denn überhaupt? Also, ich merke jetzt mal wieder, dass Garrett die Heiltränke nicht mitnimmt. Ja. Einen kaufen wir mal. Na, Moospfeile hatten die da viel... viel Metall? Das meiste Geld werde ich jetzt wahrscheinlich gar nicht ausgeben müssen. Ja. Ist zwar voll die Verschwendung, aber egal. Na komm, wenn man's kann. Feuer. Dann... 300 für'n Feuerpfeil. Ihr habt's ja noch nicht alle. Gut, fangen wir mal an. Yay. Schöne Spar- und Kreditanstalt. Freude. Bank. Was sagt die Karte? Das ist eine sehr schöne Karte. Und das war's dann auch. Oder wie? Oh, Garrett. Man bereitet sich doch mal irgendwie ein bisschen besser vor, oder? Also hier patrouillieren auf jeden Fall welche. Und hier steht niemand. Kommt man jetzt hier wirklich schon... Nee. Das wäre... Ja, gut. Der Schließfachschlüssel kann nicht passen. Der hatte aber doch eine ganz andere Farbe. Dieser Schlüssel. Da passt du nicht durch, Garrett, ne? Nee. Dafür bist du ein wenig zu dick. Aber hier kommt man hoch. Aber noch nicht. Wir gucken erstmal so noch ein bisschen. Die geht wahrscheinlich auch nicht auf. Nein. Schade. Wir laufen jetzt gleich bestimmt den Wachen in dir. Arme. Das ist auf jeden Fall ihre Runde. Bitte nicht kommen, liebe Wachen. Seit wann ist das hier so hell? Ei. Ah, da sind sie doch. Liegt hier schon Gold oder so? Nö. Wir schleichen uns mal unten durch. Aber nur um zu wissen... Ja, Garrett, da dran bist du damals auch schon hängen geblieben, ne? Das war gerade auch gut. Eben hatte ich, ähm, das vorherige Level zu Ende gespielt und hatte dann ne kurze Pause gemacht und, ähm, ja, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr irgendwie ein Tier habt oder so. Und meine Katze, die lag so süß auf dem Bett, dass ich mich zu ihr gelegt hab und leider zwei Stunden ein bisschen mit eingenickt bin. Und ja. Das war ein bisschen lustig. Bitte nicht wiederkommen, liebe Wachen. Nicht wiederkommen. Nee, nee, wir gehen hinten rum. Denn da oben bin ich auch noch nie rumgegangen. Jetzt wär's schön, wenn man sprinten könnte. Aber das kann der gute Garrett nicht. Er hat nur gelernt, wie man Leitern benutzt, aber so an sich alles andere. kann der gute Mann auch nicht. Hoffentlich füllt sich die Karte noch auf. Das wär... Nein! Das wär nämlich blöd. Das war nicht hier. Okay. Schönes Gebäude auf jeden Fall. Was hatte er gesagt? Die oberen 10.000 oder so? Das... Das wohlhabendste... Gedöns irgendwie? So sieht das hier auch aus. Ach, das ist ja schon fast zu einfach. Oh, jetzt wirklich? Und ich hab mir das damals immer so schwer gemacht. Okay. Irgendwie kann ich mir das hier gerade nicht vorstellen, aber... Doch. Sonst könnte der gute Garrett hier nicht hoch. Steht hier oben nicht auch ne Wache? Oder so? Auch gut. Wir sind auf dem Dach der Bank. Ob man wohl zu dieser Statue da hoch kann? Äh... Näh... Näh... Näh. Näh, näh. Mach noch mehr Krach, Garrett. Dann kannst du sagen, du bist der Dachdecker und du... Du wurdest bestellt. Ha, cool. Man kommt zu der Statue. Oh. Ein sehr schöner Mond. Nicht. Warum kann man hier hoch? Das muss ja irgendeinen Sinn haben. Und das hier? Habt ihr hier keine Lust mehr gehabt, die Textur fertig zu machen? Oder was? Nee, das geht nicht. Okay. Äh, ja. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass das hier der Sinn der Sache ist, aber... Ach ne. Es sah gerade aus, als würde man da hinten... ...reinkommen. Hier steht auf jeden Fall so ein Teil. Das kann ja nicht umsonst hier stehen, ne? Oder das ist die Stromzufuhr. Schade, dass man die nicht kaputt machen kann. Gott. Wo sind wir hier? Es muss doch bitte irgendeinen Sinn haben, dass man hier hoch kann. Aber irgendwie glaube ich das gerade nicht. So durch den Kamin rein oder so. Dann sind wir nicht mehr der Dachdecker, dann sind wir direkt der Weihnachtsmann und liefern Geschenke. Ah, ah. Ist das eine Tür? Okay. Das ist cool. Geil. Das wusste ich nicht. Ach, wie schön, dass man immer noch mehr Sachen entdeckt, was man vorher nicht gekannt hat. Das ist cool. Ach Gott. Ja. Diese schöne Karte. Auftrag erledigt. Ah. Okay. Erster Stock. Die große Halle in den Keller. Zweiter Stock. Dritter. Das heißt, wir sind noch über dem dritten Stock. Okay. Das ist sehr hoch hier. Naja, wir haben ja hoffentlich Seilpfeile. Haben wir die? Krass. So, jetzt bitte nicht sterbigen, lieber Garrett. Nein. Es geht ja schon wieder genauso gut los wie... Verdammt. Verdammt. Das Seil ist zu kurz. Naja. Das machen wir nicht so. Ich hatte nicht gesehen, dass... ...dass das doch nicht so hoch ist. Das sah nämlich so aus, als würde das zu dem Boden dazugehören. Geh bitte raus. Aus dem Räumchen. Und wie er sich auch gar nicht wundert, dass da auf einmal ein Seil gewachsen ist. Nicht wehtun. Oh. Oh. Ähm. Oh, nee. Sorry, aber nein. Das wollen wir nicht. Ja. Man ist ja auch doof, ne? Die Wand ist doch auch aus Holz. Danke. Oh, warum ist das hier so hell? Jetzt sollten wir aber auf die... ...liebe Wache warten. Wir müssten ja jetzt in dem... ...in der Versammlungshalle. Zweiter Stock. Okay. Irgendwie hätte ich erwartet, dass das der dritte Stock ist. Also das hier scheint schon mal ein Rundgang zu sein. ...wenn es denn dieselbe Wache ist. Was ist das denn? Das ist das Geräusch, wenn hier jemand rumläuft. Das kennst du doch. Du hast das doch schon tausendmal gehört. So. Das ist ne Kamera. Die man schon unschwer hört. Gut. Dann halt nicht. Ach ja, hier leuchtet ja das kleine Maschinchen rum. Das süße Ding. Wie siehst du denn? Das ist das große Ding. Bitte nicht. Oh, das ist ein großes Ding. Gehst du hier lang? Ne. Du passt, glaube ich, nicht durch die Tür. Dafür bist du ein bisschen zu fett. Das ist schön. Das gibt nix doch. Sehr schön. Keine Wachen hier? Diese Schritte zu hören ist nicht schön. Man weiß ja nie, wer hier noch kommt. Ist auch übrigens merkwürdig, dass man gar keine Angabe hat, wie viel man klauen soll. Das wäre ja in der Bank irgendwie sinnvoll. Zum Glück haben wir die Fackel ausgemacht. Ach, wieder ne Besenkammer. Boris Becker, bist du schon wieder hier? Kommt's doch garantiert nochmal hier rein, ne? Da hängt ein Zettel. An alle Angestellten. Wir sind keine Bäckerei. Wir werfen nicht stündlich Geld nach. Die Buchführung aller Mitarbeiter wird ab heute wöchentlich geprüft. Gut. Die armen Angestellten. Ja, kommt jetzt hier einer? Oder? Weil nicht, dass wir wieder jemandem hier in die Arme laufen. Ah, kann das sein? Ja, dann ist das nur die eine Tür, richtig? Fühlst du dich jetzt tangiert? Höre auf, dich tangiert zu fühlen. Ja, das war die Tür, genau. Ne, lass mal auf. Gut. Stimmt, die hatten kein Metall, die hatten Klackerboden. Einige Menschen in der Stadt sind reicher, als ihnen gut tut. Naja, zum Glück haben sie ja mich. Ach, Garrett. Du bist einfach unverwechselbar. Schnell verstecken. Da kommt nämlich jemand. Ach, du. Nein, kein Schwert. Wer ist da? Hey! Wie ist das? Wie schön, die dann aber immer noch rumschreien, ne? Gott sei Dank passt der dazwischen. Ja. Sonst wird ja wohl hier niemand kommen, oder? Ja.